Urlaub, Bruder, mit meiner Frau. Und es war halt so ein Ort, weißt du was ich meine? Und die meint dann zu mir unbedingt, komm, wir machen das, wir machen das. Und es ist so Wasserpark mit Dings gemischt, weißt du, für beides, Bruder. Okay, ja, ja, ja. Und die sagt, komm bitte, ich hab voll Bock. Und ich denke mir, warum? Was ist daran so geil? Ich bin voll der entspannte Typ, ich will chillen, weißt du, wie ich meine? Urlaub, Bruder. Die tut mich da auch so ein Ding drauf, weißt du, wie ich meine, Bruder. Und das haben die einfach aufgenommen. Nicht dein Ernst? Ja, Bruder, ich bin ganz vorne und vor jedem ist so eine Kamera. Weißt du, wie mein Bruder? Ja, da musst du so 5 Euro zahlen und dann geben die dir diese Video, weißt du, wie mein Bruder? Ich wollte erst so mit Handy aufnehmen, weißt du? Ich sag mal, wir geben deine Mail, ich krieg das Video, Bruder. Ich hoffe, meine Mutter, weißt du, wie ich aussage, oder? Echt? Ja, Bruder, weißt du, wie du aussiehst, Bruder, wenn du mit guten Methoden? Wie viel, wie schnell ist das, Bruder? Da, wo wir hingehen, ist, wie schnell? Die schnellste der Welt. Aber da wissen alle, wo wir hingehen. Ich hab dich doch gerade nichts gefragt. Ist das die schnellste der Welt? Ja. Die schnellste. Der schnellste Start der Welt, Bruder. Nie morgens. Ja, Bruder. Niemals. Ja, Bruder, deswegen müssen wir aufpassen, dass wir da frühstücken, Männer, Männer und so Scheiß, weißt du, wie ich meine Bruder? Weißt du? Krass, Alter. Ich guck das Video an, ich sterbe einfach auf dem Video, Bruder. Ich sterbe auf dem Video, Bruder. Weißt du, was ich meine? Das gibst du mir mal zeigen, oder? So, 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 ich so, wann hört das auf, Bruder? Krass. Also ihr seid morgen auf jeden Fall dabei. Morgen erfahrt ihr auch mehr, wo es hingeht und was es sein wird, wo wir da sind. Ich freue mich übertrieben. Ich war auch selber noch nie da, auch wenn ihr es nicht wisst, wo wir das meinen, aber ich hab richtig Bock und jetzt habt ihr nochmal ganz kurz die Möglichkeit, ein paar Fragen reinzustellen, bevor wir jetzt gleich offline gehen und weiter rumdancen, Alter. Weil wir werden immer rumdancen, Alter, weißt du, was ich meine?